So, mein Name ist Omar, ich hoffe, euch geht es super und willkommen zurück zu einem erneuten Video. Lange Zeit, lange Zeit ist es her, ich weiß, Uploads sind gerade nicht so mein Ding. Es liegt einfach daran, dass es zurzeit kein Content gibt, kein Content in FIFA. Deswegen heute ein Video, was gar nichts mit FIFA zu tun hat. Ihr seht es schon im Hintergrund, wir sind bei der EM 2020, die geht morgen in quasi 24 Stunden los. Ich nehme das Ganze am Mittwochabend auf und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin ultra gehypt. Dass es endlich wieder Fußball gibt. Die, die mich kennen, die wissen auf jeden Fall, dass ich ein sehr, sehr großer Fußballfan bin. Wir haben heute die große EM-Prognose von mir. Ich werde jetzt das Ganze hier mal vorrechnen, was ich denke. Ich sage auch zu jeder Mannschaft was Kleines. Ich versuche auch das Video nicht so lange zu halten. Deswegen hoffe ich, dass ich das komplett schnell und kurz und knackig hinkriege. Und wir fangen direkt an. Gruppe A, da haben wir Italien, Schweiz, Türkei und Wales. Und das erste Gruppenspiel, Italien gegen Türkei. Also für mich geht ganz klar Italien als Gruppensieger raus. Schweiz und Türkei sind auf jeden Fall dahinter. Wales würde ich zwar jetzt nicht komplett unterschätzen, aber Wales hat, glaube ich, den schwächsten Kader von allen. Fangen wir beim ersten Spiel an. Da spielt die Türkei gegen Italien. Da gebe ich ein 2 zu 1 für die Italiener. Ich weiß, viele meiner Zuschauer sind tatsächlich Türken. Aber Italien ist, glaube ich, seit 24 Spielen unbeschlagen. Und ich glaube auch nicht, dass Türkei die morgen schlagen wird. Ich weiß, die werden jetzt alle kommen. Ah, wir haben Holland 4 zu 2 gewonnen. Und gegen Frankreich haben wir den Weltmeister auch 2 zu 0 gewonnen. Ja, Bruder, das war einmal. Wir sind jetzt in der Gegenwart. Und die Gegenwart besagte, dass Italien seit 24 Spielen unbeschlagen ist. Und dass die Türkei tatsächlich in der WM-Kalifikation zwar Holland geschlagen hat, aber gegen Lettland 3 zu 3 gespielt hat. Zum Vergleich, Deutschland hat 7 zu 1 gegen Lettland gewonnen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich tippe 2 zu 1 für Türkei. Ich merke schon, wenn ich jetzt bei jedem Ergebnis so lange rumlabere, dann wird das Video, glaube ich, eine Stunde gehen. Deswegen direkt Wales gegen Schweiz. Da tippe ich auf ein 1-1. Ich glaube, dass Bale und Ramsey das schon regeln werden. Die Schweizer sind zwar stark, haben auch einen starken Kader. Aber ich denke, dass die Waliser sich ein 1-1 erkämpfen. Zweites Spiel. Wir wissen, dass die Türkei gerne mal patzt gegen kleine Mannschaften. Deswegen lasse ich das Ganze mal bei einem 0-0 einfach. Wobei, okay, komm, wir machen schon 1-1, damit es sich so langweilig ist. Italien wird auch gegen die Schweiz als Sieger hervorgehen, meiner Meinung nach. Hier wird sich dann bei dem Spiel entscheiden, wer als Gruppenzweiter weiterkommt. Hier tippe ich mal auf ein 1-1. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsergebnis heute. Auf ein 1-1 zwischen der Schweiz und der Türkei. Ich glaube nicht, dass die Türken so stark sind, dass sie die Schweizer schlagen werden. Weil die Schweiz, muss man auch ehrlich sagen, die meisten sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also wenn ich da an einen Dennis Zakaria denke, einen LW, die Sommer im Tor, großer Rückhalt. Vorne Shaqiri ist zwar bei Liverpool jetzt nicht so oft am Spiel, aber bei der Schweizer Nationalmannschaft ist er immer gut. Und ja, so würde die EM-Tabelle in der Gruppe A für mich aussehen. Ich sehe gerade, dass 2-2 und 2 Punkte sind, alter, krass, okay. Hier weiß ich nicht, wie es dann aussehen würde. Wer der Zweite und wer der Dritte wäre, aber ja, das ist meine Endtabelle für Gruppe A. Gehen wir rein in die Gruppe B. Dänemark, Finnland, Belgien, Russland. Auch hier ganz klarer Gruppensieger werden die Belgier sein. Auch ein kleiner Favorit für mich. Ich weiß, dass viel gelabert wird. Jedes Mal Belgien, Belgien, Belgien. Ja, die sind schon seit tatsächlich 10 Jahren irgendwie Geheimfavorit, aber reißen nie was. Letzte WM, dritter Platz. Ja, eigentlich recht solide. Die Dänen werden auf jeden Fall für mich auch weit kommen, in meinen Augen. Wir haben ja jede EM oder bei jedem Turnier immer so eine Überraschungsmannschaft. Beim letzten Turnier war es Russland. 2016 ist Wales ins Halbfinale gekommen. Dieses Jahr denke ich, dass Dänemark uns alle überraschen wird. Ja, das ist meine Prognose für den ersten Spieltag. Zweiter Spieltag können wir direkt auch tippen. Da werden die Russen sich mal ein 2-1 gegen die Finnen erkämpfen. Und die Dänen werden sich ein 1-1 gegen Belgien erkämpfen. Der dritte Spieltag wird dann ein 0-3 für Belgien. Denke ich mal ein klarer Sieg, auch ohne Zweifel. Und ja, wer wird hier gewinnen? Da denke ich, dass die Dänen sich knapp durchsetzen mit einem 2-1. Somit gehen Russland als dritter durch, Dänemark als zweiter und Belgien als erster. Gehen wir direkt in die Gruppe C. Ukraine, Niederlande, Österreich und Nordmazedonien. Das ist für mich relativ ausgeglichen. Also vor allem bei den drei Mannschaften. Die Holländer sind jetzt nicht so stark drauf. Deswegen bleibt auf jeden Fall da abzuwarten. Und es ist auch auf jeden Fall sehr spannend, wie da die Konstellation sein wird. Ja, die Nordmazedonier sind für mich natürlich der größte Außenseiter in der Gruppe. 2-0 Österreich, erster Spieltag wird durchgehen. Auch hier denke ich, ein knapper Sieg. Der Niederländer wird reichen. Hier wird Ukraine auf jeden Fall klar gegen Nordmazedonien gewinnen. Sagen wir einfach mal 3-1. Niederlande, Österreich tippe ich auf ein 1-1. Auch die Österreicher haben einen super Kader. Wenn ich so an Alaba denke, an Sabitzer, an den Hoffenheimer, da Baumgartner, Lazaro. Die haben wirklich einen super Kader. Deswegen denke ich auch, dass die Österreicher was reißen könnten. Letzter Spieltag auch hier ein klarer Sieg für Holland. 2-0 mit Mainz einfach. Und hier ein 1-1 zwischen Ukraine und Österreich. Somit kommen wir auf sieben Punkte für Niederlande. Fünf für Österreich und vier für die Ukraine. Gehen wir rein in die Gruppe D. Dann haben wir England und Kroatien, Schottland und Tschechien. Auch hier Engländer klare Favoriten in der Gruppe. Erster Spieltag gegen Kroatien. Engländer mögen es immer 1-0 zu gewinnen. Deswegen tippe ich auch auf 1-0 hier. Hier denke ich mal, dass es ein 1-1 wird zwischen Tschechien und Schottland. Dann haben wir Kroatien gegen Tschechien. Hier tippe ich auch auf einen knappen 2-1-Sieg der Kroaten. Auch die dürfen wir nicht vergessen. WM-Fanalyse vor 2-3 Jahren. Und hier auch ein klarer Sieg für die Schotten. Nein, nicht für die Schotten, für die Engländer natürlich. Auch hier werde ich ein bisschen drauf schauen, wie Andy Robertson sich schlägt, wie Billy Gilmour sich schlägt. Da haben die auch wirklich sehr, sehr gute Einzelspiele. Aber die Schottländer sind für mich dann doch etwas zu schwach. Letzter Spieltag. Ich glaube, in der Qualifikation, wenn mich nicht alles täuscht, haben die Engländer die Tschechien 4-0 geschlagen. Diesmal tippe ich auf einen 4-1. Und auch hier werden die Kroaten das ganz klar mit 3-1 regeln. Somit haben wir England mit 9 Punkten, Kroatien mit 6, Tschechien und Schottland mit jeweils einem Punkt. Hier wird es auch nicht reichen, für Tschechien weiterzukommen. So, gehen wir rein in die Gruppe E. Da haben wir Polen, Schweden, Spanien und Slowakei. Auch hier sehr, sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Bei Spanien muss man abwarten, mit welchem Kader sie antreten werden. Letzte Freundschaftsspiel gegen Litauen mussten die ja mit einer sogenannten U21 spielen, also mit einer B11. Haben die aber trotzdem 4-0 gewonnen. Man muss da halt abwarten. Aber ich gehe mal jetzt davon aus, dass die erste Mannschaft bei Spanien mitspielt. Fangen wir erstmal an bei Polen gegen Slowakei. Hier tippe ich auf ein knappes 1-1. Schweden auch da, super Kader. Spanien-Schweden tippe ich auch auf einen knappen Sieg der Spanier. Dann haben wir hier Schweden gegen die Slowakei. Auch hier tippe ich auf ein 1-1. Slowakei haben mit Duda, Hamšek auch einen relativ guten Kader. Die meisten spielen in Europa, deswegen auch Slowakei. Eigentlich eine recht solide Truppe. Spanien gegen Polen. Die Polen mit Lewandowski, Milik, Zielinski auch einen sehr guten Kader. Aber die Spieler kennt ihr ja alle. Da denke ich, dass die Polen auch ein 1-1 auf jeden Fall rausholen werden. Gehen wir mal rein ins letzte Spiel. Hier denke ich auf einen knappen 2-1-Sieg für die Spanier. Schweden-Polen, auch hier wird es wahrscheinlich ein Unentschieden. Denke ich mal. Somit gehen wir mit 2 Punkten für die Schweden, 3 Punkten für die Polen. Die Spanier mit 7 klarer Favorit auf jeden Fall für mich in der Gruppe und Slowakei als letzter. Gehen wir rein in die letzte und somit spannendste Gruppe der ganzen EM. Gruppe F Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn. Also ja, sowas kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Wir haben den Weltmeister von 2014, den Weltmeister von 2018 und den Europameister von 2016. Also eine härtere Gruppe kannst du einfach nicht treffen. Frankreich natürlich der Top-Favorit des ganzen Turniers. Ich persönlich sehe Deutschland noch höher als... Okay, nee, das wäre ein bisschen blöd, Digga. Aber ich sehe Deutschland ein bisschen schwächer als Frankreich. Aber ich traue Deutschland auf jeden Fall den Titel zu. Ich werde auch die ganze EM für Deutschland sein, weil ich einfach die Spieler alle mag. Und weil ich das Team einfach gerne spielen sehe. Deswegen in Deutschland für mich auch nach Frankreich der absolute Top-Favorit. In den Medien wird ja immer gesagt, der Deutschland ist nicht Favorit. Aber für mich ganz klar nach Frankreich Top-Favorit Deutschland. So, erster Spieltag. Das wird ein 0 zu 2 für Portugal. Frankreich, Deutschland glaube ich trotzdem, dass die Franzosen das Ganze mit 2 zu 1 gewinnen. Dann haben wir Ungarn gegen Frankreich. Hier wird es ein 0 zu 3. Also Ungarn, ihr seht schon, das wird da eine ganz klare Angelegenheit, dass die nicht weiterkommen. Portugal, Deutschland hier glaube ich an einem 2 zu 1 Sieg der Deutschen. Portugal, Frankreich denke ich, dass die Franzosen Revanche nehmen. Das Ganze mit 2 zu 0 gewinnen. Man muss auch sagen, dass Portugal dieses Jahr nicht so stark ist. Die haben zwar starke Einzelspieler, aber wie die spielen, gefällt mir irgendwie nicht. Die haben auch die EM 2016 richtig scheiße gespielt, aber den Titel trotzdem gewonnen. Deswegen müssen wir auch da einfach mal abwarten, wie das Ganze da aussehen wird. Und Deutschland gegen Ungarn wird ein klarer 4 zu 0 Sieg für die Deutschen. Somit geht Frankreich als Erster durch, Deutschland als Zweiter und Portugal als Dritter. Und ja, somit ergibt sich folgende Konstellation im Achtelfinale. Die ganzen Mannschaften kommen laut meinem Spielplan hier weiter. Da haben wir das erste Achtelfinale mit Frankreich gegen die Ukraine. Da sollte die Franzosen kein Problem haben. 3 zu 1 für Frankreich. Polen gegen Kroatien. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu tippen. Sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ich tippe da mal auf ein... Boah, das ist gerade ein bisschen schwer. Aber ich denke, dass Kroatien sich dann ganz, 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 ganz knapp mit 2 zu 1 durchsetzt. Ja, Türkei. Da wird im Achtelfinale, denke ich, mal Schluss sein. Belgien klar mit 3 zu 1 durch. Italien, Österreich. Auch hier denke ich, dass die Italiener kein Problem haben und auch durchgehen werden. Denn das ist dann hier ein Knallerspiel meiner Meinung nach. Niederlande gegen Portugal. Das erste Schwergewicht fällt aus dem Turnier raus. Ich denke, dass die Holländer sich ganz knapp durchsetzen werden gegen die Portugiesen. Wobei ich mal... Boah, das ist jetzt auch ein bisschen schwer. 1 zu 1 kann ich leider nicht geben. Ich bleibe bei meiner Meinung. Holland wird das Ganze ganz knapp entscheiden, denke ich mal, gegen die Portugiesen. Dann haben wir Schweiz gegen Dänemark. Auch hier sehr ausgeglichenes Spiel. Hier tippe ich einfach mal auf die Dänen, weil die für mich der kleine Geheimfavorite oder die kleine Mannschaft, die so eine gute Chance hat. Ihr wisst schon, was ich meine. Spanien, Russland. Hier denke ich auch auf einen Sieg der Spanier. Und Deutschland gegen England. Auch hier das zweite Topspiel im Achtelfinale. Laut meiner Berechnung. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, dass Deutschland sehr weit kommt und nach Frankreich für mich der absolute Topfavorit ist, denke ich mal, dass die Deutschen sich knapp mit 2 zu 1 durchsetzen werden. Dann springen wir rein in die Viertelfinals. Wir haben vier Spiele. Frankreich, Kroatien. Auch hier WM-Finale reloaded. 3 zu 1 für die Franzosen. Die Franzosen sind einfach dieses Jahr viel zu stark, meiner Meinung nach. Und da denke ich auch nicht, dass die Kroaten die stoppen werden. Belgien, Italien. Hier denke ich, dass die Belgier fliegen werden. Hier tippe ich mal auf ein 2 zu 1 für die Italiener. Niederlande gegen Dänemark. Dänemark, ich glaube an einen Überraschungssieg der Dänen. Ja, deswegen tippe ich auf 1 zu 0 für Dänemark. Also ihr seht schon, ich traue Dänemark einen Sieg gegen die Niederlande und gegen die Schweiz zu. Dänemark für mich, ich habe die im Spiel gegen Deutschland gesehen. Da waren die für mich relativ gut. Deswegen auch für mich der kleine Geheimfavorit bei diesem Turnier. Dänemark, das letzte für die Finale. Wieder ein großes Spiel. Spanien gegen Deutschland. Hier tippe ich auf ein 2 zu 0 der Deutschen. Auch wenn Spanien mit der ersten Mannschaft antritt. Die Deutschen haben da einen zu, zu guten Kader. So, jetzt muss ich kurz schauen, wie ich ins Halbfinale rüberkomme. Da sind wir am Halbfinale. Italien-Frankreich, großes Duell. Hier tippe ich auf einen gebrochenen Finalisten. Ich kann kein Unentschieden wetten. Was tippen wir da? Italien, Italien. 24 Spiele ungeschlagen. Dann denke ich mal, dass sie ohne Probleme durch die Gruppe kommen. Und auch durch die K.O.-Phase. Aber jetzt kommen die Franzosen. Man muss halt schauen, wie die Franzosen bis dahin auskommen. Für den letzten Spieler, pipapo. Aber wenn Frankreich mit dem vollen Kader. Dann werden die auch wahrscheinlich gegen die Italiener keine Probleme haben. Deswegen tippe ich auf ein 3 zu 1 für Italien. Und hier wird dann auch Schluss sein für Dänemark im Halbfinale. Nach einer super Turnierleistung. Aber Deutschland wird das Ganze nochmal machen. Auch wenn die im Freundschaftsspiel 1 zu 1 gespielt haben. Denke ich, dass Deutschland mit 3 zu 1 gewinnen wird. Und somit haben wir ein Finale zwischen Frankreich und Deutschland. Und auch hier werde ich kein Ergebnis mehr tippen. Für mich, Frankreich wäre in diesem Duell leicht favorisiert. Das Duell gab es dann schon mal in der Gruppe. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Aber für mich ist das Finale Frankreich gegen Deutschland. Und das war dann meine EM-Prognose. Die gingen jetzt stolze 15 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Also die gingen schon ein bisschen länger. Wenn du noch bis hierhin dran warst, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, über ein Abo. Wenn du das natürlich noch nicht gemacht hast. Ansonsten schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, was eure EM-Prognose ist. Schreibt mir am besten rein, was ihr denkt, wer das Turnier gewinnen wird, wer ins Finale kommt. Ich weiß, Türkei, ich habe euch schon ein bisschen enttäuscht. Aber wenn Türkei wirklich gegen Belgien spielt, dann müssen wir der Realität ins Auge sehen. Und da müssen wir auch ehrlich miteinander sein. Für Türkei ist im 8. Finale Schluss. Wenn das so kommen sollte, laut meinen Berechnungen. Und ja, eure Meinung, wie gesagt, würde mich sehr interessieren in den Kommentaren. Schreibt sie, wie gesagt, gerne rein. Und ja, ich bin jetzt raus. Wünsche euch allen viel Spaß bei der EM. Mal schauen, was in den nächsten Wochen für Videos kommen. Also FIFA-Content ist auf jeden Fall absolut Müll. Reactions habe ich auch zurzeit keinem Bock, weil nur Schmutz released wird. Deswegen bleibt mal abzuwarten. Vielleicht kommen Live-Reactions auf die Deutschland-Spiele. Das wäre vielleicht auch ein bisschen interessant, wie ich da als Alman, Digga, als Kanacken-Alman, da die Spiele auf die Spiele reakte. Deswegen lasst euch einfach überraschen. Schreibt mir auch gerne rein, was ihr zur EM sehen wollt. Kann ich auch gerne für euch alles machen. Wie gesagt, mehr brauche ich nicht sagen. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch was. Peace.